Doni ist auf den Knie und ich möchte ihn zur Seite umwerfen, so einen sogenannten Sweep. Dafür greife ich beide Ärmel und Doni möchte vorbeikommen und stellt ein Bein auf. Das ist der Moment für mich, wo ich den Bagger Sweep ansetzen kann. Dafür nehme ich meine Baggerschaufel und setze die Baggerschaufel unter den Oberschenkel und Doni. Nun lege ich mich auf die Seite und bagge sein Bein hoch in die Luft. Dadurch fährt Doni um. Ich folge ihm in den Reiter und halte ihn fest. Noch einmal. Ich folge ihm in die Luft. Ich folge ihm in den Krebs. Ich folge ihm in den Leiter und soll ich mich für die Dre befine dir machen.